Filmt das Ding jetzt? Egal. Hallo. So, gerade hat es nicht funktioniert. Jetzt ein neuer Versuch. Und zwar seht ihr, es wird fleißig eingewäumt. Es ist ganz schön leer für unsere Verhältnisse hier drin. Wir waren am Wochenende unterwegs und zwar wurde er öfter mal wieder gefragt auf Konzerten letztes Jahr, wann kommt euer Album? Ich kann euch sagen Leute, jetzt das Wochenende haben wir es eingespielt. Zum Großteil, zum Großteil. Genau. Die Gesangsaufnahmen fehlen noch. Genau. Die kommen jetzt noch, die werden noch nachträglich gemacht. Ansonsten... Moin, sag mal Allah, Lutz, Kuschi. Allah. Tschüss, Kuschi. Ja, genau. Gesangsaufnahmen fehlen noch. Ansonsten war es ein schönes Wochenende. Wir haben alles geschafft. Ja, wir waren echt fleißig, also wirklich fleißig. War auch echt anstrengend, aber hatten mega Spaß gemacht. Dank Dank Robin, der hat uns da, mit dem wir aufgenommen haben, im Greif unter dem Label Blutwerk. Das war ganz toll. Wir hatten echt viel Spaß, aber war echt anstrengend. Ja. Freuen wir mal einen. Genau. Wie Janus gerade schon sagte, das Label heißt Blutwerk, unter dem das Ganze veröffentlicht wird. Das ist der Inhaber vom Greif, macht auch dieses Label. Also der Bob Michels. Deswegen bedanken wir uns an der Stelle schon mal wahnsinnig für die riesen Unterstützung, die wir an der Stelle erfahren. Genauso wie bei Robin, Robin Mussmann. Der hat unser Album aufgenommen und die ganze Leitung übernommen, musikalische Ideen mit eingebracht. Und das war eine riesen Hilfe. Und dafür bedanken wir uns erstmal an der Stelle ganz herzlich. Ja, danke. Jo, vielen Dank Leute. Mega geil gewesen. Und Bob, geile neue Burger. So. Was wollten wir noch sagen? Was wollten wir noch sagen? Genau, wir werden ein paar Videos machen. Oder haben während den Aufnahmen für euch mitgefilmt. Und das Ganze könnt ihr dann in den kommenden... Stell es einfach drauf auf den Boden. Äh, das unten, ne? Genau. Das Ganze könnt ihr dann in den kommenden Tagen und Wochen verfolgen. Einfach auf unserer Seite ein bisschen aktiv sein. Da werden so zwei, vielleicht auch drei kurze Videos, äh, zu sehen sein, wo ihr dann so ein paar Ideen und Eindrücke, Impressionen, wie man so schön sagt, äh, von dem Aufnahmeprozess, äh, bekommen. Ja, ich weiß nicht. Genau. Habt ihr noch irgendwas? Zu Release, hattest du schon? Ne. Genau. Release, äh, wird es natürlich geben, wird auch definitiv im Greif stattfinden. So viel können wir sagen. Äh, alles andere in nächster Zeit. Immer nach und nach. Wir haben jetzt noch ein bisschen Arbeit mit dem Album, müssen noch ein paar Sachen regeln, noch ein bisschen was machen. Und da werden wir einfach in nächster Zeit dann mal Bescheid geben. Ja. Zuletzt noch ein Thema. Am Wochenende waren Wahlen. Landtagswahlen NRW. Die sind scheiße gelaufen. Und ich hoffe, ihr wart alle wählen. Ja. Leider ist es jetzt so, die AfD ist drin, richtig scheiße. Aber deswegen wollen wir einfach für diese knapp über sieben Prozent, die sie erreicht haben, auch einfach mal eben knapp über sieben Mittelfinger richten an unsere Freunde. Liebe Grüße an die AfD. Ein, zwei, drei, halber, siebenmal. Ja, der zählt nicht ganz, ne? Aber... Fickt euch. Und das mal nicht gestellt? Das ist mal vollgestellt. Guckt mal jemand die Kamera aus.